Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat, bis mein lieber, guter Freund Stu jetzt bei mir zu Gast ist. Hallo Stu, wie geht's dir? Hallo, mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch, hier mal zu Gast sein zu dürfen, denn ich kann jetzt endlich über einen Film reden, der wirklich ganz, ganz oben bei mir stand, auf dem Pile of Shame, nenne ich's mal. Ich habe ja mit dir zusammen damals, ich greife in die Vergangenheitskiste, als du dieses Podcast-Projekt mir vorgestellt hast, habe ich ja schon überlegt, was könnte ich denn machen? Und ich hatte nur zwei Filme gefunden. Auf den einen hatte ich keinen Bock, ich verrate nicht, welcher Film das ist und auf den anderen, über den reden wir jetzt. Und seitdem ich das festgestellt habe, dass ich den noch nicht gesehen habe, wollte ich den unbedingt gucken und habe aber gesagt, ich warte, ich warte für dich. Ja, und jetzt ist es endlich. Naja gut, ich möchte jetzt trotzdem wissen, was der andere Film gewesen wäre. Flamm des Inferno. Oh ja, auch sehr schön. Ja, also... Wir gucken mal, wie brav du heute bist, wie das alles funktioniert. Vielleicht lade ich dich irgendwann nochmal ein oder wir finden da was anderes. Aber auf Flamm des Inferno habe ich überhaupt keinen Bock. Der ist aber wirklich gut. Ja, okay, mal schauen. Aber du hast mir ja den Film Beetlejuice mitgebracht. Ja. Ich muss für mich sagen, Beetlejuice ist ein Film aus meiner Kindheit. Ich habe den wirklich rauf und runter geguckt. Okay, da hätte ich jetzt schon ganz viele Fragen, wenn ich ehrlich bin. Aber dazu kommen wir später. Ja, aber vielleicht wirklich als Einstiegsfrage. Wie kam es, dass du so lange um Beetlejuice drumherum gekommen bist? Ja, ich hatte ja eine ganz, ganz schreckliche Kindheit. Aus dem einfachen Grunde, weil ich kein... Also wir hatten einen Fernseher, sogar in Farbe. Also der erste war schwarz-weiß, aber gut, sieht man, wie alt ich bin. Aber wir hatten nicht so viele Programme. Wir hatten ARD, ZDF, die dritten und irgendwann kam noch RTL und die erste Variante von Tele 5 dazu. Weil wir halt eben in dem Sendungsballungsort von RTL gewohnt haben. Und ich weiß noch, dass Beetlejuice so ein Film war, der lief irgendwie gefühlt immer nur ProSieben. Und ich hatte keinen ProSieben. Und Sat.1. Ich kann für Sat.1 auch. Und Sat.1. Genau. Und ich kannte dieses Bild aus der Fernsehzeitung, wo man sieht, wie Michael Keaton als Beetlejuice auf irgendeiner Art Grabstein rumhockt und die Arme so in die Luft reißt. Und ich wollte diesen Film immer gucken, aber ich konnte es halt einfach nie. Weil das nicht auf dem Sender lief, weil das nicht auf dem Sender lief, den ich bekomme. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen. Also, dass ich kein ProSieben hatte, war nicht der Grund, warum ich ausgezogen bin. Und ich hatte das Gefühl, sobald ich dann mit Anfang 20 nicht mit meiner Mutter gewohnt habe, lief der Film nirgendwo mehr. Und wenn er mal irgendwo im Fernsehen lief, dann lief er immer dann, wenn ich keine Zeit hatte oder halt eben andere Sachen zu tun hatte. Ich weiß, einmal lief er im Fernsehen. Und da hatte ich die Wahl. Entweder gucke ich mir das Beetlejuice an oder ich feiere mit meinem besten Freund seinen 21. Geburtstag. Und das war eine harte Entscheidung, aber ich habe mich dann doch für den Geburtstag entschieden. Und so kam es halt, dass ich den Film auch teilweise wieder vergessen hatte. Und hatte auch jetzt das Gefühl, dass er in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel im Fernsehen lief. Wobei ich in den letzten Jahren auch kein Fernsehen mehr geguckt habe. Ich glaube, die Diskussion um den Film ist jetzt wieder hochgekommen über den möglichen zweiten Teil, der herkommen soll. Da würde ich später auch mal mit dir drüber sprechen. Bevor du mir aber sagst, wie du den Film fandest, habe ich noch so zwei, drei harte Fakten. Gedreht 1988, Budget 15 Millionen und hat tatsächlich am Box-Office 75 Millionen eingespielt. Das ist ordentlich. Veritable Erfolg für damalige Verhältnisse, auch für die Thematik. Viel interessanter ist aber, dass der Regisseur des Films Tim Burton ist. Sein zweites Langspiel-Debüt. Bevor wir über Beetlejuice sprechen, müsste ich aber, oder müssten wir vielleicht einmal darüber sprechen, wie stehen wir, insbesondere du, denn zu Tim Burton, um das dann vielleicht auch ein bisschen einordnen zu können, wie für dich diese Erfahrung war. Ja, also natürlich, ich kenne Tim Burton und ich glaube, ich habe mittlerweile jetzt fast alles von ihm gesehen. Was mir halt noch fehlt, ist sein erster Spielefilm, dieses Pee-wee's Adventures, zu diesem Paul Rubens, der ja auch vor kurzem gestorben ist. Da hatte ich aber auch nie die Ambition, hier zu gucken, aber das wird sich jetzt vielleicht bald ändern. Ich bin, ich würde nicht sagen, ich bin ein Tim Burton-Fan. Und wenn ich ein Tim Burton-Fan wäre, dann derjenige, der ganz klar sagt, ich mag seine Werke bis so, bis ihn Disney bekommen hat. Muss man so zu sagen. Also, der hat schon seine ganz eigene Handschrift und ich glaube, selbst wenn ich den Namen Tim Burton nicht im Vorsprang gelesen hätte, nach zehn Minuten Beetlejuice, hätte ich zumindest gesagt, der Macher, der diesen Film gemacht hat, der hat, ist entweder Tim Burton oder ist großer Fan von Tim Burton. Und ja, Tim Burton, also der hat so viele gute Sachen gemacht und aber in den letzten Jahren auch so viele Sachen, die mich komplett kalt gelassen haben. Aber zum Beispiel so ein Ed Wood finde ich großartig. Ich liebe Sleepy Hollow. Ed Wood mit den Scherenhänden ist auch ganz, ganz famos. Die beiden Batman-Filme, die er gedreht hat. Großartig. Ganz ehrlich, es war mir ja nie bewusst, dass Michael Keaton, glaube ich, früher mal wirklich Komiker war. Ich meine, wenn du Beetlejuice siehst, dann, okay, verstehst du das? Aber du musstest das mal reinziehen, dass die nach Beetlejuice Batman gemacht haben. Wie kalt schnäuzig, das meine ich im guten Sinne, wie kalt schnäuzig muss man als Regisseur sein, zu sagen, übrigens der Typ, der Beetlejuice gespielt hat, der spielt dann zwei Jahre später bitte Batman. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen oder mal gehört, ich glaube, wahrscheinlich habe ich es eher irgendwo mal gehört, dass ja Tim Burton schon vorher angedacht war für Batman, sich aber mit Beetlejuice ein bisschen beweisen sollte und als er dann die Zusage bekommen hat für die Batman-Verfilmung, hat er direkt gesagt, ich nehme Michael Keaton mit. Ja. Also ihm muss es auf jeden Fall gefallen. Und Daniel Elfman, sein Stammkomponist, der ja hier auch den Score zu beigesteuert hat. Großartiger Score, im Übrigen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe nicht alle von ihm gesehen. Ich habe die alten Werke, also die großen hier, Ed Wood, Sleepy Hollow, die beiden Batman-Filme, die habe ich auch alle gesehen. Ich habe damit auch meinen Spaß, aber ich fand er ab einem gewissen Moment, irgendwie hat er so diesen Zenit überschritten und hat irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche gemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn er mal irgendwie so ein bisschen aus dieser morbiden Sache mal rausgestiegen wäre. Das hat irgendwie früher funktioniert, aber jetzt heute ist es mir fast ein bisschen zu viel. Das heißt, die ganzen neuen Werke kenne ich nicht mal wirklich. Also er hat ja wieder so einen zweiten Frühling, nenne ich es mal, oder einen dritten Frühling, jetzt wegen dieser Wednesday-Serie von Netflix. Das ist ja auch mit der Grund, warum er jetzt auch wahrscheinlich den zweiten Beetlejuice endlich machen kann. Und ich mochte Wednesday ganz gerne, aber ich finde halt, und das ist auch so bei den letzten seiner Filme, die wirken mir alle noch ein bisschen zu clean. Also so ein Beetlejuice, der ist ja richtig rough. Du siehst halt, das sind Effekte, du siehst, das ist Stop-Motion-Trick-Technik, aber das belegt diesen Film oder auch seine anderen Filme so einer gewissen Partina und die machen die irgendwie so einmalig. Und das fehlt mir irgendwie. Also Wednesday ist schön und gut, aber so richtig umhauen tut's mich nicht. Nee, Wednesday fand ich okay. Ich meine aber, Beetlejuice war vorher schon angedacht, wurde aber jetzt dadurch befeuert, dass er eben Jenna Ortega für den Cast gewonnen hat. Und ich glaube, danach ging's dann so richtig los. Da kann man ja durchaus sagen, dass Beetlejuice zwar ja, glaube ich, seit den 90er-Jahren immer wieder so Thema ist. Das ist ja eines dieser Projekte, wo ich halt der Meinung bin, ich glaube erst dann, dass dieser Film existiert, wenn der erste offizielle Trailer auftaucht. So lange glaube ich nicht daran. Weil er ja wirklich durch die Entwicklungsfälle gemarschiert ist, dieses Projekt. Das ist nicht mehr feierlich. Und ich bin jetzt seit fast, glaube ich, zehn Jahren bei Movie Look Back und ich will nicht wissen, wie viele News ich schon gesehen und geschrieben habe dazu. Es könnte eventuell jetzt zu Beetlejuice 2 kommen. Ja. Und jetzt ist es wohl wirklich der Fall und Jenna Ortega ist auch wieder mit dabei. Und ich glaube auch wirklich, ohne Wednesday gäbe es dieses Projekt nicht. Also es gäbe dieses Projekt, aber es wäre wahrscheinlich realisiert worden. Ja, gut möglich. Aber jetzt die Frage, du hast es mir vorher noch nicht gesagt. Wie hat dir Beetlejuice gefallen? Ähm, wechselhaft. Also im ganz Groben gesagt kann ich sagen, ist ein toller Film. Ist wirklich ein sehr schöner, sehr eigenartig, aber auch sehr eigensinniger, verträumter Film, der mich stellenweise immens überrascht hat. Also wirklich immens. Weil ich mir was ganz anderes vorgestellt hatte. Weil ich aber auch nicht wusste, worum geht es eigentlich? Und im Groben kann man, ist die Grundidee, ist einfach nur, ich liebe so einfache Ideen. Wo du einfach eine bekannte Idee nimmst und die einfach umswitcht. Und da ist es ja wirklich so, wir brauchen einen Exorzisten, um die Menschen loszuwerden. Nicht die Geister, sondern die Menschen. Das heißt, die Geister wollen die Menschen loswerden. Und das ist als Idee schon so geil, da kann ich nur applaudieren. Ich muss aber auch sagen, der Film ist ja wirklich kurz. Der ist ja 92 Minuten schlank. Aber die erste Hälfte gefällt mir besser als die zweite. Und wenn ich mir denke, dass in der zweiten Hälfte der Beetlejuice erst so richtig zum Vorschein kommt, wobei, man muss ehrlich sein, dafür, dass der Film Beetlejuice heißt, ist er erstaunlich wenig Beetlejuice drin. Ich glaube 17 Minuten oder sowas. Genau, so 15, 16 Minuten sind das maximal. Aber ja, die erste Hälfte fand ich richtig geil. Also allein der Anfang ist so schön. Diese erste Szene, wenn die Kamera so über diese Kleinstadt fährt und ohne, dass man es selbst merkt wird, aus dieser Kleinstadt so eine Miniatur. Was mich auch so ein bisschen an Ari Aster und Territory erinnert hat, der Anfang. Und war schön. Ich muss auch sagen, ich hatte Rück... Also der Anfang, der Vorspann, es fängt schon gut an, wenn man jetzt philosophiert über den Vorspann. Aber diese Szenerie, wenn die Kamera zu dem Score von Danny Elfman über diese Vorstadt fährt, hat mich schon so ein bisschen erinnert an das Anfang von Poltergeist. Wo du ja auch hast, das wird so dieses Alltägliche gezeigt, aber du weißt, das ist schon das Gefühl bei Beetlejuice durch die Musik, dass da irgendwas passiert, was nicht so alltäglich ist. Und das ist ja auch der Fall. Und alleine dann, wenn es dann switcht, von der echten Vorstadt zu dieser Miniatur und dann diese Spinne so über dieses Haus krabbelt und dann Alec Baldwin, der ja wirklich mal richtig jung war, Ein zweiter Langspielfilm, glaube ich, war es. Ja, das kann sein. Also er wirkt auch noch recht unerfahren, muss ich sagen. Ja. Aber... Aber lass uns auf die Figuren gleich mal eingehen. Ja, sorry. Ich spattere... Nee, nee, alles super. Ich bin ja auch gleich mal gespannt, wo dann eben so die Stärke und Schwächen in dem Film für dich liegen. Ich bin erstaunt darüber, weil mir hat der Film jetzt sogar noch besser gefallen als als Kind. Und da müssen wir eventuell jetzt auch mal herausfinden, ob es eventuell auch was mit der Nostalgie zu tun hat. Weil wie ich schon sagte, das war so... Aber kurze, kurze, kurze Frage, wenn ich jetzt schon ein bisschen unterbreche. Ich weiß, du bist ja eigentlich der Moderator, aber ich muss es immer wissen. Ich war... Also es war ein Tim Burton-Film, einer der ersten. Das heißt, mir war schon bewusst, dass der auch ordentlich über die Stränge schlägt. Aber es gibt eine Szene, wenn ich die als Kind gesehen hätte, sag ich mal, als Zehnjähriger, ich wäre halt schreiend zur Mutter gelaufen und hätte drei Wochen nicht geschlafen. Welche meinst du? Kurze Erklärung, diese... Also das geht ja darum, dass das Ehepaar Adam und... Wie heißen sie Adam und... Also Gina Davis und Alec Baldwin, die Figuren heißen, warte, ich gucke nicht nach, Adam und Barbara. Genau. Die sterben ja und können dann ihr Haus nicht verlassen. Und das Haus bekommt dann neue Vermieter oder Besitzer und sie versuchen, diese ja am Anfang eigenständig zu verscheuchen und müssen relativ schnell feststellen, dass sie die gar nicht sehen. Und dann gibt es eine Szene, da hängt Barbara im Wandschrank und zieht sich das Gesicht ab. Und dass du halt so den Schädel siehst mit den Augen und so. Und das ist natürlich aus heutiger Perspektive total toll gemacht und auch schön handwerklich getrickst. Aber als Kind, das hätte mich zerstört. Ich hätte so Schiss gehabt. Ich muss zugeben, bei der Szene war ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher, ob die jedes Mal in jeder Fernseherstrahlung mit drin war. Weil die auch häufig nachmittags lief. Und ich muss aber auch sagen, also es ging eigentlich los, ich bin an den Film eigentlich durch die Trickserie rangekommen. Es gab damals diese Trickserie über Beetlejuice, die konzeptionell ja noch etwas anders funktioniert als der Film. Da sind ja die Hauptfiguren wie No No Rider, also Lydia und Beetlejuice, gute Freunde. Und Beetlejuice ist auch so ein bisschen in sie vernaht und ist ihr bester Freund und sowas. Und dadurch bin ich da rangekommen. Das heißt, ich wusste so in etwa, wo die Reise hingeht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das, ich glaube nicht, dass der Film für Sechsjährige geeignet ist. Das muss ich dazu sagen. Aber ich finde schon, dass auch viele der grausamen Szenen, die gezeigt werden, oder in Anführungsstrichen grausam, dass die spielerisch sind. So wenn die zum Beispiel ihr Gesicht abändern und sowas. Oder wenn ihm der Kopf abgenommen wird. Ich fand diese eine Szene jetzt auch bei der erneuten Sichtung gestern auch ganz schlimm, wenn sie neben der geköpften Leiche ihres Mannes steht und dieses Psychogrinsen hat, mit dem Messer dann in der Hand. Da hat sich sogar leichte Gänsehaut. Das wird ja auch immer dann humorvoll auch oft aufgelöst. Aber diese Szene, wo sich wirklich das Gesicht so abzieht, ich glaube, als Kind wäre ich gestorben. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt hier gerade auch mal auf Schnittberichte gewesen und ich bin mir, diese Szene war wohl auch zumindest in der Nachmittagsausstrahlung gekürzt. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ob ich den jetzt abends oder nachmittags gesehen habe. Aber ich habe den Film auf jeden Fall in Anführungsstrichen relativ früh gesehen. Ja. Und was mir jetzt bei der erneuten Sichtung sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass er eigentlich wächst. Ich habe viele Gags damals nicht verstanden oder zumindest nicht so wahrgenommen, wie ich sie heute wahrgenommen habe. und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das ist ein Film, den hast du schon zigmal gesehen und stellst aber immer wieder neue Kleinigkeiten fest. Du guckst so ein bisschen in die Hintergründe rein, dir fällt irgendwas auf. Und da finde ich einfach, dass der Film unglaublich, er ist zwar sehr skurril, aber unglaublich verspielt. Und das gefällt mir oder hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen. und ich kann nicht sagen, dass meine, ich will es nicht unbedingt Liebe nennen, aber dass mein Gefallen an dem Film jetzt irgendwie Abbruch getan worden ist durch die erneute Sichtung im höheren Alter. Ja. Nee, also der Film ist wirklich, also der fühlt sich auch an und sieht auch so aus wie so ein Unikatfilm. Also wenn du, ich glaube wirklich, wenn du jemanden, der jetzt, sag ich mal, seit zehn Jahren erst Filme guckst, diesen Film zeigst, ich glaube, dass der oder sie vielleicht sogar Probleme hätte mit dem Film, weil der ja so wirklich noch, du siehst halt wirklich, das ist alles handgemacht. Du siehst halt teilweise, dass die Effekte auch, ich glaube mit Absicht, auch so ein bisschen ja Stop-Motion mäßig aussehen. Das sind ja auch Stop-Motion-Effekte. Zum Beispiel diese Szene, wenn Beetlejuice sich als Schlange da, sag ich mal, ausbreitet. Oder auch diese Sandwürmer da, die mich auch so ein bisschen an Nightmare on, nicht Nightmare on Elm Street, Quatsch, Nightmare Before Christmas erinnert hat. Diese Stilistik ist das ja und das finde ich grundsympathisch und auch wirklich schön und faszinierend. Das habe ich wirklich sehr genossen und ich muss sagen, als der Film zu Ende war, fühlte ich keine Begeisterung, sondern mehr so eine Art Wehmut, weil ich mir dachte, ah, das ist irgendwie schade, so eine Art von Film gibt es heutzutage nicht mehr. Ja, ist richtig. Aber du hast gerade von Erwartungen gesprochen beziehungsweise, dass du viele Dinge jetzt gesehen hast, die du nicht erwartet hast und bevor wir in den Film reingehen, würde mich da einfach mal interessieren, was hast du für Erwartungen gehabt? Also, was hast du im Vorfeld über den Film gewusst? Kanntest du zum Beispiel auch die Trick-Serie? Beziehungsweise, was hast du gedacht, was dich erwartet? Ich wusste nicht, worum es geht. Ich kannte nur dieses Bild, was ich schon erwähnt habe, mit Beetlejuice aka Michael Keaton mit diesem Grabstein oder so und kannte dann noch ein paar andere Bilder und dachte halt einfach, okay, das ist irgendwie Beetlejuice, das ist vermutlich ein Geist, ein Dämon, ein Monster und der macht dann vielleicht irgendwie Spiränzchen mit den Menschen. Dachte vielleicht so eine Art Poltergeist von Tim Burton. So kann man es vielleicht im Groben beschreiben. Das war vielleicht so meine Grunderwartung. Und also die erste Überraschung war halt wirklich, als der Film anfing und der erste Name von den Darstellern, der steht, ist Alec Baldwin und ich wusste nicht, dass Alec Baldwin da mitspielt. Wusste ich nicht. Ich wusste, dass Gina Davis da mitspielt, aber ich wusste nichts von Alec Baldwin. Okay. Das war die erste große Überraschung und dann ist mir im Laufe des Films auch, wie gesagt, irgendwann mal aufgefallen, man kommt eigentlich mal diese Beetlejuice eigentlich. Weil du siehst, ich glaube, in den ersten 20 Minuten gibt es so eine Art Werbung. Es gibt eine Werbung, glaube ich, ja. Genau. Aber dann dauert es auch wieder Ewigkeiten. Und ich glaube, was du gesagt hast, dass der von den 90 Minuten nur 15 Minuten vorkommt, das würde ich so unterschreiben. Also der ist nicht so häufig da. Aber das Besondere ist, dass Michael Keaton es trotzdem schafft, dass man sofort merkt, wenn diese Figur kommt, dass das die wichtigste Figur im Film ist. Also das schafft er echt ganz gut. Und für jemanden wie mich, der mit Michael Keaton in den letzten Jahren immer so Sachen verbunden hat wie American Assassins, Birdman oder The Founder, war es jetzt auch mal wieder schön, den in so einer Rolle zu sehen, wo der komplett steil geht. Der hat Bock gehabt, glaube ich. Ja, und ich habe dann, das habe ich im Vorfeld noch in Erfahrung gebracht, der soll auch wirklich 90 Prozent seiner Dialoge improvisiert haben. Ich finde, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Deutsch. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Übersetzung ist. Aber was mir eben jetzt aufgefallen ist, ich finde nicht, dass jeder Gag von ihm sitzt. Auch nicht jeder Spruch ist gut. Aber weil er so viele hintereinander raushaut, hat er da, wie besonders Schrotflinte, es trifft doch relativ viel. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so sehr, was er sagt. Es ist, glaube ich, mehr seine gesamte Präsenz. Er ist ja schon so, fast schon eine Art Punk. Ja. Also er ist ja, er ist ja, in der Menschenwelt wird er natürlich nicht akzeptiert. Ist klar, weil er ist ein Geist oder ein Lottergespenst, wie es heißt, in der deutschen Übersetzung. Aber auch in der Totenwelt ist er ja nicht so gern gesehen. Also er ist ja wirklich so ein Außenseiter. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Und war halt, wie gesagt, nur echt überrascht, dass der alleine von der Präsenz, also er hat eine unglaublich gute Präsenz, aber wenn man diese Präsenz halt wirklich runterkürzt auf nur seine Szenen, wäre das ein sehr kurzer Film. Das stimmt, das stimmt. Bist du denn auch mit der Erwartung reingegangen, eine Horror-Komödie zu sehen? Oder dachtest du, es ist nur eine Komödie oder reiner Horror? Ich hatte schon mit einer Horror-Komödie gerechnet, weil ich mir dachte, Tim Burton dreht nicht einfach eine Komödie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß jetzt nicht, welchen Entwicklungsweg Beetlejuice genommen hat, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ursprünglich als richtig harter Geister-Horror-Film geplant war, weil das Potenzial dafür wäre da. Ich glaube, erst durch die Beteiligung von Michael Kiepen selbst wurde der Film tatsächlich ein bisschen umgeschrieben. Er sollte wohl auch ein Dämon sein, wo du einfach direkt siehst, okay, Dämon. Und das wurde dann, dadurch, dass Kiepen zugesagt hat, dann glaube ich alles so ein bisschen umgeschrieben und dadurch kam dann auch wohl eher dieser humoristische Ansatz. Ja. Wobei da finde ich ja persönlich eben diesen Humor selber, der ist ja schon vorher, also der ist auf jeden Fall schon vorher, bevor Beetlejuice auftritt. Deswegen würde mich da so im Nachhinein mal interessieren, wurde da dann das komplette Skript umgeschrieben oder nur einzelne Szenen, weil ich finde den steilweise zum Brüllen komisch. Ja, er hat schon ein paar sehr amüsante Szenen, wobei, und da kann ich jetzt vielleicht auch mal zu einem Punkt kommen, wo ich sagen muss, da hat er mich nicht so richtig bekommen. Es gibt für mich einen Schwachpunkt und das Problem ist, dass dieser Schwachpunkt aber sehr essentiell für die Handlung ist. Aber Lydia Dietz, gespielt von Banana Rider, ich fand diese Figur, ich hab mit der nichts anfangen können. Das ist ja diese, also kurze Erklärung, nachdem Barbara und Adam sterben, ziehen ja die Dietz ein, Charles und Delia, das sind so versnobbte Neureiche, die sich halt für moderne Kunst interessieren und die haben, warum auch immer, eine Tochter namens Lydia. Warum auch immer, die Frage kann ich dir beantworten, du, wenn ein Mann und eine Frau sich ganz doll lieb haben. Ja, ist klar, aber diese Figuren wirken halt nicht so, als ob sie sich jemals wirklich darum geschert hätten, Kinder in die Welt zu setzen, das wollte ich damit sagen. Ja. Und diese Lydia ist halt so, ja, die ist einsam, die ist so ein Goff-Girl, sag ich mal und ich hab nichts gegen Boyne on a Rider, aber es gab so ein paar Szenen, die fand ich irgendwie echt plump, nicht gespielt, aber geschrieben. Also sie will ja dann auch selbst sterben, ne, weil Tod ist cool und ich find's auch ganz nett, dass der Film so ein bisschen auch die Botschaft aufmacht, so, wenn du tot bist, mach dir nichts draus, ist eine zweite Chance. Aber wenn sie dann irgendwie versucht sich, also bitte, dass man sie umbringt und da wird gesagt so, nee, dann gibt sie so, ich hasse euch alle, dann ist so, nee, das kaufe ich dir gerade echt nicht ab, das ist mir ein bisschen zu cool. Ja, okay, also, okay, wenn ich da mal einhaken darf. Natürlich, das ist dein Podcast, nicht meiner. Hey, ich teile gerne. Komm, du mir den Teckengras freuen. Ich sehe tatsächlich die Rolle von Lydia, die ist mir so sehr on-point Goth oder Emo-Mädchen, dass ich fast die Überlegung habe, ist das eine Parodie auf diese Emo-Szene? Weil, du hast vollkommen recht, sie hat dann, sie hat dann so ein paar Allülen, sie rennt ja dann auch irgendwie mit so einem Trauerschleier dann in mehreren Szenen rum, schreibt diesen theatralischen Abschiedsbrief, weil sie sich dann ja doch entschließt, sich umzubringen, was sie dann am Ende des Tages dann nicht tut. Und irgendwie ist das für mich so der Inbegriff, so wie sich jemand so eine Person vorstellt, also und das ist so plump, also ich finde diese Darstellung so plump, dass es in meinen Augen sogar eher eine Karikatur ist. Ja, kann ich verstehen, ich habe auch wirklich versucht, diese Figur so zu lesen und zu deuten, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich habe diese Figur nicht ernst genommen, also ich habe nicht zu diesem Film ernst genommen, das sollte klar sein, aber ich konnte es als Karikatur irgendwie nicht richtig akzeptieren. Okay. Und vielleicht liegt es auch einfach an Banana Rider, vielleicht habe ich in den letzten Jahren Banana Rider so kennengelernt, dass ich es nicht, dass sie für mich einfach nicht als Parodie oder als karikaturistische Schauspieler funktioniert. Ich kann es nicht genau sagen und ich möchte das jetzt nicht, dass es falsch sein wird. Das ist nicht so, dass es den Film für mich kaputt macht, Gott bewahre, aber das war einfach nur so ein Punkt, wo ich sage, wenn es was gibt, was bei Beetlejuice für mich nach der ersten Richtung zumindest nicht richtig funktioniert hat, dann war es halt die Rolle von Lydia Dietz. Die ist natürlich wichtig für die Handlung, aber ich glaube, ich hätte auch sehr gut mit dem Film zurechtgekommen, wenn es die Dietz gäbe, aber ohne Lydia. Denn ich fand diese, also von Jeffrey Jones und Captain O'Hara gespielte Ehepaar, fand ich eigentlich richtig geil. Ich fand die so unsympathisch und auch so, weil die haben für mich als Parodie von diesen Newpies perfekt funktioniert. Ja. Aber Lydia halt einfach nicht. Ja, und das ist es. Also für mich ist es auch so, dass ich gerade auch die anderen beiden des Dietz-Ehepaars, die sehe ich nämlich auch komplett als Karikatur. So einfach so dieser, ich sag mal die, wie hießen sie jetzt, Adam und Barbara? Ja. Die sind ja so der Otto-Normal-Bürger und jetzt kommt jemand, der diese Otto-Normal-Bürger stört. Und dann haben die sich einfach überlegt, welche Charaktere stören. So diese Hippies oder der, der den nichts interessiert oder eben diese traurige, das traurige Emo-Mädchen. Und deswegen ist es für mich überhaupt gar keine Frage, dass eigentlich alle Personen in irgendeiner Art und Weise in der Persiflage auf etwas sind. Und deswegen komme ich damit gut klar, verstehe aber mehr aufgrund deiner Argumentation, warum es dich stört. Aber was ich halt eben dann auch so clever finde, ist, dass sie einfach dieses, diese, ja, diese Konzeption von so klassischem Gruselfilm einfach neben, wirklich auf links drehen. Weil hier ist es ja wirklich so, dass die Geister ja die Normalen eigentlich sind. Ja, und die Menschen sind halt die komplett durchgetreten. Weil Adam und Barbara als Geister wollen ja nur ihre Ruhe. Die wollen eigentlich genauso weiterleben wie zuvor. Also das war ja auch ein langweiliges Pärchen, seien wir ehrlich. Die guckst, in den ersten zwei Minuten siehst du die und denkst so, ja, die sind grad süß, aber auch langweilig wie drei Meter Fels. Ja, klar. Und dann kommen halt eben diese Deeds rein, diese Neureichen und du denkst dir nur so, krass, also in jedem anderen Film wären das eigentlich die Geister, die durchgetreten sind. Und es ist ja auch so schön, dass Adam und Barbara halt wirklich versuchen, die rauszuekeln und schaffen es nicht. Und ja selbst dann Beetlejuice engagieren und dann erkennen, verdammt, der bringt die ja um. Das wollen wir auch nicht. Und ich glaube, wenn die Deeds in der Position von Barbara und Adam gewesen wären, das wäre denen scheißegal gewesen. Und das finde ich so schön, das ist so typisch Tim Burton, dass er irgendwie wirklich immer ein Herz für die Monster hat und in dem Fall für die Geister. Und das ist, was sehr sympathisch ist. Ja gut, gut. Also es ist ja schon so, dass eben die beiden Toten, das sind ja die Sympathiefiguren des Films. Aber ich finde das auch so schön, wie sie eben am Anfang versuchen, die aus dem Haus zu ekeln und es einfach nicht hinkriegen. Also ich, wie gesagt, ich finde den Film wirklich stellenweise zum Brüllen komisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf der Couch liege und mir denke, aha, ich habe noch nie was Lustigeres gesehen. Aber ich habe da teilweise gesessen und mir gedacht, das ist wirklich lustig. Das ist einfach auch gut beobachtet. Wenn die dann da ihre Streiche machen und erst irgendwie nach dem fünften Mal feststellen, guck mal, die sehen uns gar nicht. Oder dann zu sagen, okay, wir haben nur eine Möglichkeit, wir nehmen einen Laken und versuchen dann den Leuten damit Angst zu machen. Und das ist so ein schöner Kniff. Das macht die Figuren einfach so grundsympathisch. Ja, wie du sagst, Tim Burton hat eine große Liebe für die Monster und das zeigt er eben hier. Ja, wirklich. Das ist, ein so sympathischer Film, da können andere noch was von lernen. Und ja, es ist halt, wie ich schon gesagt, es ist Wehmut dabei. Also ich habe den heute ausgemacht, also die Sichtung ist jetzt, glaube ich, gerade mal so drei oder vier Stunden her, wenn wir hier reden. Und ich habe den ausgemacht und dachte, okay, weißt du, Pile of Shame ist ein bisschen kleiner geworden, aber dieser Wehmut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art von Film heutzutage noch irgendwie erscheint. und ich weiß, Teil zwei wird gerade gedreht oder wurde gedreht wegen dem Streikswort, der ist ja gerade pausiert, aber ich kann mir beim besten mir nicht vorstellen, dass der zweite Teil auch nur annähernd diese Haptik und diesen Charme des ersten Teils haben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt ja auch so, in meinen Augen gibt es so zwei, drei wirkliche Schlüssel-Szenen, die auch wirklich klar machen, warum der Film so grundsympathisch und so grundsolide ist. Und da kommen wir vielleicht auch, fangen wir mal an mit meiner Lieblingsszene. Ich finde ja, die Verwaltung im Jenseits ist ja der Hammer. Es ist ja so, dass Adam und Barbara dann ein Buch bekommen, wo sie das mit rein, wo sie lesen können, wie es ist, wenn man tot ist und werden dann auch mal zur Verwaltung gerufen. Und in dieser Verwaltung sind eben doch andere Tote und jener, der dort auftaucht, erscheint eben genau so, wie er eben auch im normalen Leben gestorben ist. Und selbst da, jeder Tote und jedes, in Anführungsstrichen, Monster, was dort auftaucht, das ist ja so sympathisch. Ich konnte mich gar nicht satt daran sehen, was da für skurrile, für skurrile Figuren eben auftauchen und mit welcher Liebe zum Detail, die eben dann auch designt worden sind. Alleine der Typ, der in diesem Sessel sitzt und der Hai am Bein, also das ist großartig. Also wirklich ist es ganz, ganz großartig und da stört es mich auch nicht, dass man halt sieht, dass das irgendwie aufgeschminkt, aufgemalt, aufgepfropft ist. Nee, hingegen, ich finde das sogar großartig. Das hat so was Kinematografisches. Auch das Konzept des Films geht ja auch dahin, du hast vollkommen recht, es gibt so die eine oder andere Szene, die ist ein bisschen härter, zum Beispiel Gesicht abziehen oder ein taubterter Ehemann. Aber er ist natürlich nicht nur für das ältere Publikum ausgelegt. Das stimmt, ja. Und mir würde es auch Sorge machen, wenn du jetzt da so richtig Top-Notch-Effekte gehabt hättest, ob es da nicht vielleicht so eine Spur zu grausam ist für das, was er zeigen wollte. Dann hättest du wirklich ein paar Szenen auswählen müssen. Vom Regisseur von Das Headness. Ich meine, erinnern wir uns nur an den Typen, der überfahren worden ist, der platt wie eine Flunder war, wo du, dem nur noch wie so ein Blobbrei aussieht, der dann an der Luft hängt. Und, wenn du da natürlich jetzt mit richtig geilen und realistischen Special Effects gearbeitet hättest und du wirklich so eine Art Blutklumpen, so einen Fleischflatschen da gemacht hättest, dann wärst du auch schnell ein Sphären gewesen, die vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise hätten verstören können. Ja, das ist wahr. Und ich kann mir vorstellen, ich halte Tim Burton, obwohl es erst ein zweiter Film war, habe ich das Gefühl, er ist Handwerker genug und denkt auch genug darüber nach, um genau zu wissen, dass das, was er da gezeigt hat, wahrscheinlich auch genau so aussehen sollte. Ja. Ich mag es ja auch irgendwie, dass er letztlich die Jenseits oder die Geisterwelt gar nicht so unähnlich ist unserer Welt. Also gerade dieses Bürokratische ist ja, das kennen wir ja auch in der Realen oder in der Menschenwelt nur zu gut. Auch, ich habe schon gesagt, es gibt Werbung in der Geisterwelt. Es ist ja alles wie bei uns, nur halt etwas bizarrer. Ja. Und das finde ich auch wieder ganz, ganz schön. Und irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, dadurch, dass es bizarrer ist, ist es dadurch aber auch irgendwie reizvoller und interessanter als bei uns. Und da kommt halt wieder so ein bisschen so zum Vorschein, dass der Film den Tod ja auch, wie gesagt, als zweite Chance sieht. Und ich finde es auch wirklich schön, dass ich am Ende, also es gibt ja dann die Situation, dass Beetlejuice mit Lydia sich vermählen will und Barbara und Adam, die werden geschrumpfen so, also die werden immer älter, also die Geister von denen, die fallen so in die sich zusammen. Und das ging mir wirklich zu Herzen, die da zu sehen. Wenn dann bei Adam plötzlich der Unterkeeper so abfällt und Barbara versucht, ihn so nochmal dran zu, das ging mir zu Herzen. Das hätte ich niemals gedacht. Aber das war wirklich traurig. Ja, es ist irgendwo so schön, dass, es wird zwar häufiger gesagt, dass der Tod keine schöne Angelegenheit ist, aber es ist natürlich auch für jüngere Zuschauer eine, ich weiß nicht, ob man davon eine nette Botschaft sprechen kann oder so, aber einfach dieses, es muss auch nicht nur schlimm sein, wenn jetzt jemand aus der Familie oder sowas ins Jenseits kommt, dass es dann nicht nur schlimm ist, dass die dann vielleicht auch noch irgendwo in ihrem Haus leben können und da dann vielleicht noch versuchen, was zu machen oder so. Ich finde es ganz intelligent gelöst eigentlich, weil er ist nicht wirklich wertend in der ganzen Sache, wobei er am Ende natürlich schon sagt, ey Lydia, bring dich nicht um und Tod sein ist schon scheiße. Aber er ist nicht wertend, was den Tod angeht, ohne dass, also er glorifiziert das nicht, aber er sagt auch nicht, dass das jetzt nur schlimm sein muss. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Also es ist wirklich, also auch von der Aussage her, ein schöner Film. Nur, das ist vielleicht so der zweite Punkt, wo ich ein bisschen sagen muss, ich finde halt, die erste Hälfte hat einen besseren Drive, die geht mehr ab, also die ist kurzweiliger, das ist noch so, weil ich glaube, in der ersten Hälfte ist das Basis, für mich zumindest noch so, so eine Entdeckungstour. Und irgendwann hat man das Gefühl, also ich zumindest, ich weiß jetzt, ich verstehe jetzt, wie diese beiden Welten funktionieren und deswegen war bei mir schon so, dass ich, also der Film geht nur 92 Minuten und das ist gut, weil am Ende war er kurz davor, dass ich das Gefühl hatte, okay, er zieht sich etwas. Also er war nicht langatmig, aber ich merkte schon so, als der Film zu Ende war, gut, es ist gut, dass er jetzt zu Ende ist, weil ich glaube, ansonsten hätte ich ihn nicht mehr so geil gefunden. Ja, bin ich bei dir, weil er aber auch am Anfang, ich will nicht sagen, dass er da keine Story verfolgt, natürlich gibt es eine Geschichte da drin, aber ich habe gerade am Anfang das Gefühl, dass es etwas episodenhafter ist und er muss sich eben, er muss jetzt im Endeffekt viele Stränge, die er innerhalb der ersten Hälfte aufbaut, muss er am Ende zusammenführen und ich bin mir am Ende des Tages gar nicht so sicher, also konzeptionell sollte es ja sogar so sein, dass der Film eigentlich The Maitlands, also der Nachname von Adam und Barbara, dass der Film so heißen sollte und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob er so gut funktioniert hätte, aber der Film hätte am Ende des Tages auch in irgendeiner Art und Weise funktioniert, wenn es Beetlejuice nicht gegeben hätte. Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, warum die erste Hälfte so gut für mich funktioniert ist, dass du in der ersten Hälfte ja irgendwie alles aus der Sicht der Maitlands siehst. Du wirst ja genauso wie die Maitlands in diese Jenseitswelt reingestoßen und kannst sie mit denen entdecken und sobald die so eine gewisse, nicht Sicherheit haben, aber sobald die so ein bisschen vertraut damit sind, fängt ja dann so der richtige Plot an und auch wenn ich die Idee toll finde, dass es da einen Bio-Exorzisten, der das sich ja gibt, ist es schon so, dass ich mir denke, vielleicht hätte man es noch ein bisschen geiler machen können und ich habe im Vorfeld immer wieder gehört von dieser Banana-Boat-Szene, wo die Dietz essen mit ihren Freunden. By the way, auch Robert Goulet dabei oder wie ich ihn nenne, Ludwig Habsburg aus Nackt-Kanone 2. Und das ist eine schöne Szene, aber irgendwie hat die bei mir nicht, also ich fand die nett, aber ich kann nicht sagen, dass ich die jetzt total geil fand, wie viele andere. Sowieso muss ich sagen, die besten Szenen, die ich auch immer bei euch in einer richtig guten Erinnerung habe, waren in der ersten Hälfte. Ja, ich glaube, die Banana-Boat-Szene wäre heute oder würde heute komplett anders aussehen und funktionieren. Ich glaube, es hängt einmal mit dem Lied generell zusammen, dann dieser Tanz, aber auch dieses biedere Essen, was du da hast. verstehe ich, ich verstehe die Kritik komplett, aber ich fand die eben als Kind toll und muss auch sagen, dass sie mich jetzt überhaupt nicht enttäuscht hat, als ich sie wieder gesehen habe. Nee, also verstehe ich nicht falsch, ich finde die nicht schlecht, die ist richtig gut, aber irgendwie, ich glaube, meine Lieblingsszene bleibt wirklich, wie die versuchen, die Deeds rauszuscheuchen mit selbst. Also das weiß ich, das ist so eine schöne Mischung aus wirklich teilweise drastischem Horror und richtig schöner Komik gewesen. Weil ich hätte halt nie gedacht, dass mir jemand so leid tut, der sich selbst das Gesicht abzieht und dann da hängt, aber was machen die Deeds? Ach, verdammt! Und einfach so dran vorbeigehen, das tat mir irgendwie leid. Also das muss man auch erstmal schaffen. Da vielleicht auch nochmal ein Kudos vor allem an Gina Davis, die ich darstellerisch, würde ich sagen, nee, Michael Keaton am besten an dem Film fand. Ja. Ja. Habe bei Catherine O'Hara, die... Es ist schon krass, wenn du überlegst, dass sie zwei Jahre später Kevin McKellickas Mom gespielt hat. Also so der absolute Gegenentwurf zu der Rolle, die sie hier hat, ne? Also die hat sich auch wirklich die Seele aus dem Leib gespielt. Das finde ich schon... Generell, der ganze Cast, der funktioniert. Jeffrey Jones, so als dieser ich will eigentlich nur meine Ruhe haben Typ, funktioniert auch. So kaufe ich ihm ab. Ja gut, Adam Baldwin ist ein bisschen... Seine Rolle gibt, glaube ich, nicht so viel her. Er soll der langweilige Typ sein und der ist er dann eben auch. Ja. Er hat ja auch mal gesagt, das habe ich auch noch im Vorfeld mitbekommen, dass er selbst seine Leistungen in Beetlejuice als einen der schlechtesten in der Karriere findet. So hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich glaube, er muss auch immer sagen, was hat das Drehbuch zu bieten und ich glaube, er soll ja auch einfach einen langweiler sein. Genau das ist es. Ich glaube einfach, die Rolle ist genau darauf ausgelegt, dass er da so ein bisschen... Äh... Ja... So, er liest lieber noch mal ein paar Seiten nach, bevor er da irgendwie was mal ausprobiert und sowas. Und dafür macht das okay. So, er sticht mich besonders heraus, aber es ist jetzt auch nicht diese... Da fand ich diesen... Wie hieß er denn? Orto? Den fand ich mir da ein bisschen zu aufgesetzt und zu nervig. Ja, und ich... Ich hab dann echt lange gebraucht, bis mir eingefallen ist, woher ich den Typen kenne. Das ist der Typ aus Demolition Man. Ist der das? Ist der das wirklich? Genau. Nein, ich hab nachher überprüft, das ist der. Der hat dann später in Demolition Man, ähm, den... Ja, diesen Sidekick von dem Typen gespielt, der Wesley Snipes Figur, die, äh, entfrostet hat. Ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist halt einfach, ähm, dieses, ähm, dieses, also, wenn die Deeds da durchs Haus gehen und erstmal alles irgendwie umstreichen wollen, das ist auch irgendwie schön so, wie wenig Respekt die haben gegen den Besitz oder gegen das Haus an sich. Ähm, und ich finde tatsächlich ganz schön, dass der Film trotz aller Komik auch da wirklich, ähm, die, die, ich nenne es mal die Trauer oder die Melancholie, der vor allem von Barbara ernst nimmt, die ja wirklich echt ein bisschen schockiert ist, dass da jemand da mit der Sprühdose durchgeht, durch das Haus, was sie halt aufgebaut, nicht aufgebaut, aber was sie halt renoviert hat, was sie halt geliebt hat und mit der Sprühdose dann irgendwie sagt so, okay, diese Farbe machen wir, ähm, Babyblau, ne? Ähm, ähm, das, das zeigt auch sehr schön, wie eiskalt wirklich diese Deeds halt sind und ich komme nochmal darauf zurück, ich finde es einfach so richtig schön, dass es einfach so fast schon gespiegelt wird, dass die Menschen in diesem Film, also nicht alle Menschen, aber die meisten Menschen, eigentlich total unmenschlich sind und dass die Geister im Prinzip die Menschlichkeit für sich gepachtet haben, das finde ich irgendwie immer noch ist ein interessanter Kniff, der dort eingesetzt wird und das Schöne ist ja eben auch, dass du in den Szenen ja nicht nur die Deeds siehst, wie die durchs Haus rennen, sondern eben noch direkt nebenan stehend die Geister hast, die, die das eben auch live miterleben, live mitkommentieren können, aber da will ich dir insofern ein bisschen widersprechen, ich finde nicht, dass sie, dass sie in dieser Szene als Monster dargestellt werden, weil am Ende des Tages leben die Deeds ist ja auch nur ihr Leben, so am Ende tun sie ja nichts, was jetzt eigentlich, sie wissen ja nicht, dass dort Geister sind oder dass jetzt irgendwie noch die Seelen der Verstorbenen das mitbekommen. Nee, nee, klar, 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 aber allein ihr Verhalten ist so dieses, also wenn ich in ein Haus gehe und sofort, also die machen sich überhaupt gar keine Gedanken, wer davor gelebt hat, das meine ich damit und ich kann es auch, also nachvollziehen, ist es übertrieben, aber diese Todessehensucht nächstes Mal von Lydia, die kommt ja auch wirklich erst dann zum Vorschein, als sie halt wirklich sich mit diesen Geistern befreundet und ich habe ihnen das dann so erklärt, dass sie sich eigentlich nur den Tod wünscht, weil sie halt eben bei denen sein möchte und es ist ja auch so, dass der Film am Ende, das ist auch sehr schön, einen Kompromiss findet, nämlich die Geister bleiben, die Deeds bleiben aber auch und die Geister übernehmen ja quasi sowas wie die Elternrollen, also die sind die neuen Eltern von denen und das ist eigentlich ein sehr schöner Kompromiss und ich glaube einfach, dass es zeigt, dass man Menschlichkeit und damit meine ich Wärme, Liebe, Geborgenheit, das sagt der Film ja auch, nicht immer vielleicht bei den Leuten findet, wo man glaubt, das zu finden, sondern man kann es auch bei anderen finden, zur Not eben auch Geister, das ist auch eine schöne Botschaft, der Film ist dafür, dass der sehr düster ist und sehr schwarzhumorig, hat der echt viele, viele schöne Botschaften. Wobei spannend finde ich eben auch bei diesen Botschaften, so die eine oder andere Idee, die du mir gerade so in den Kopf gesetzt hast, die kam mir gar nicht. Aber ich bin eben, wenn ich darüber nachdenke, ist aber auch die Aussage des Films doch, je nachdem welchen Interpretationsansatz ich für das Ganze nehme, ist der doch eher weniger für das Jugendpublikum geeignet. Weil gerade eben dieses, ich bin bereit, lieber mein Leben aufzugeben, als bei meinen Eltern zu bleiben. Ich finde, das ist ein super Botschaft bei der Achtjahre. Ja, super. Grüße gehen raus. Nein, es ist, du hast vollkommen recht, es wird in dem Film wirklich als irgendwie schöner Kompromiss dargestellt und hat auch nichts, hat auch nichts Schlimmes an sich. Aber wenn man eben genauer darüber nachdenkt und genauer so ein bisschen in die Materie sich reindenkt, ist es natürlich schon ein richtiger, richtiger Scheißgedanke, den Lydia da mit sich rumträgt. Ja, aber letztlich erkennt sie halt auch, dass sie ja trotzdem von, also dass sie halt weiterleben sollte und kann und trotzdem halt geliebt wird von diesen Geistern, die ja nur sie sehen kann. Und dass sie auch, glaube ich, begreift, wobei das hat sie schon vorher begriffen, dass sie halt so oder so bei ihren Eltern nicht das bekommt, was sie möchte. Und das erinnert mich an diese, ich nenne es mal psychologische Weisheit, du kannst nicht erwarten, dass du in einem Baumarkt Frischmilch bekommst. Mhm. Und es gibt halt einfach Leute, die, glaube ich, nicht dazu fähig sind. Und ich hatte das Gefühl, dass die Dietz nicht dazu fähig sind, ihre Tochter zu lieben. So richtig. Ja, oder ihr die Liebe zu schenken, die die Tochter eventuell benötigt. Oder auch vielleicht den Zeitfaktor und alles Mögliche, der, ähm, den Kinder eben benötigen, ne? Ja, also, die sind halt so, ähm, ja, sind es Kapitalisten? Also, die Dietz, ich glaube tatsächlich, dass die sich wunderbar mit Patrick Batman verstehen würden. Die sind ja wirklich auch so, die interessieren sich für Kunst, für die schöne Sache, die wollen ja auch was, äh, was ausstellen. Also selbst, die möchten ja auch einen Außenwirken haben. Also vor allem die, die, die Ehefrau, die, die, ähm, Delia Dietz. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Menschen sind, die, als sie das Kind bekommen, vielleicht war das Kind auch nur ein Statussymbol. Das sind wirklich so Statussymbol-Leute. Ich glaube, die, die leben und arbeiten mit Statussymbolen, aber nicht unbedingt, äh, für, für, für die Liebe. Gott, das weiß ich jetzt. Naja, also ich glaube einfach, ein Kind ist genau das, was, äh, was von denen verlangt wird und dann machen die das. So. Das ist ja genauso, als sie dann eben wissen, dass Geister vor Ort sind, als dann eben, äh, nach der, ähm, nach der Bananaboot-Szene. Oh, ja. Das ist schon, das ist eine hervorragende Szene. Das war toll, weil, also, äh, sie, sie, äh, wissen halt, es ist ein Geister da und was tun sie? Sie fliehen nicht. Ne, sie nehmen das hin, sogar mit Humor und wollen das auch irgendwie ein bisschen, äh, weitererkunden, ne? So ein bisschen so wie Abenteuerurlaub, sag ich mal. Es wird sogar so weit gehen, die wollen es nicht nur weitererkunden, die wollen ja einen Beweis haben, um sich dann eben, äh, medial und vor ihren Freunden und vor ihren einflussreichen Freunden auch besser darzustehen. Ne? Also, da haben wir wieder dieses, ja, dieses... Statuswert halt. Ja, genau. Es geht einfach um Statussymbole und ich kann mich dadurch ins Gerede bringen. Ich kann dadurch eventuell in irgendeiner Art und Weise einen Bekanntheitsgrad oder einen Bekanntheitsgrad steigern. Und das ist eigentlich schon eine traurige Vorstellung. Ich meine, sehen wir hier wirklich die ersten, äh, Social-Media-Süchtigen, ohne dass Social-Media erfunden worden ist, Arthur? Ich weiß es nicht, aber genauso kommt es mir vor, so alles für den Klick, alles für den Like, ähm, ja. Hauptsache, die Außenwirkung ist gut und da ist eigentlich schon fast egal, was innerhalb meiner Familie alles funktioniert. Ich meine, äh, Delia und ihr Mann haben ja auch keine gute Ehe. Das ist ja keine funktionierende Ehe oder Beziehung. Das stimmt, das stimmt. Also, das ist, da ist wenig Romantik drin, aber es ist, funktioniert halt, ne. Ich glaube, sie bekommen das, was sie beide wollen, äh, nur halt eben keine, ja, ich sage es wieder, keine Liebe, aber ich glaube, das verlangen die auch, glaube ich, gar nicht. Nee, also, wie gesagt, das Status, äh, Statussymbole ist halt das, worum es geht. Das ist ein spannender Aspekt, ich glaube nämlich auch, dass beide bekommen, was sie wollen, aber aus Gründen, die gar nicht mehr so positiv sind. Also, ähm, der Mann von Delia bekommt nur seine Ruhe, wenn er sie einfach machen lässt, wie sie möchte. Ja. So, und er muss dann eben mit seinen reichen Geschäftsleuten und sowas, die muss er dann zum Essen mit ankarren, damit dann die Kunst präsentiert werden kann, dass eben gezeigt werden kann, hier, guck mal, wir haben ganz tolle Möbel, ganz teure Sachen, ganz tolle Designerstücke hier, äh, und dadurch bekommen sie die Aufmerksamkeit, die sie möchte, die ergänzen sie schon in irgendeiner Art und Weise, aber eben schon ein bisschen toxisch. Komplett toxisch, komplett toxisch, das ist, äh, unbestreitbar, ne, aber dadurch irgendwie auch interessant. Also, es sind ja die Anti, äh, Barbara und Adam, die beiden, ne, also es ist schon viel so, äh, Licht und Schatten trifft halt wirklich enorm oft aufeinander und das ist halt ganz schön, weil Lydia, äh, die Tochter irgendwie ja komplett alleine da steht, weil die hat ja keinen Konterpart so richtig. Ne, den ganzen Film über nicht, also, da ist am Ende des Tages, ja, klar, mit den, äh, mit den Maitlands irgendwo eine gewisse Freundschaft und ein bisschen Liebe, was sie da empfängt, aber am Ende steht sie alleine da in ihrer Welt und obwohl der Schluss ja eher fröhlich, äh, ausgelegt ist, ist es ja immer noch kein schöner Schluss, ich meine, ihre Eltern interessieren sie immer noch ein feuchten Gericht für sie. Ja, aber wie gesagt, sie hat halt so ihre, ihr Biotop, sag ich mal, gefunden und auch wahrscheinlich dann akzeptiert, dass ihre Eltern einfach so sind, wie sie sind und, äh, du hast jetzt, ich meine, du hast dann zwei Optionen, entweder du kannst weiterhin kämpfen und alles dafür tun, dass sie dich akzeptieren und lieb haben ähm, und machst dich damit selbst kaputt oder du akzeptiert es einfach und versuchst halt selbst, äh, das, äh, zu bekommen, was du möchtest und das, das hat sie ja letztlich getan und das bekommt sie ja auch und ganz ehrlich, ich meine, wir, wir sehen ja nicht so viele Interaktionen mit, äh, Lydia und ihren neuen Geistereltern, sag ich mal, aber das wirkt schon so viel harmonischer, liebenswürdiger und vertrauter als alles, was wir zuvor mit, äh, dem Dietz gesehen haben. Ja, das stimmt. Ähm, können wir nochmal zur Figur von Beetlejuice zurückgehen, mit tatsächlich jetzt bisher bei, boah, der langen Laufzeit, die wir jetzt schon haben, echt so unter den Tisch fallen lassen, weil, obwohl der Film so heißt, hab ich auch nicht das Gefühl, dass er die Hauptfigur ist. Aber er ist der, er ist trotz und dem irgendwo der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ähm. Ja, weil ganz ehrlich, der taucht halt auf und sofort ist, gehört das Ding ihm. Also der Film gehört dann ihm, ne, ne, der ist halt so eine Persönlichkeit, ähm, du guckst auf den, der, der, der beherrscht einfach alles, äh, weil selbst in der Geisterwelt, äh, er einfach so ein Unikat ist, ne, und das nicht nur wegen seiner, wegen seiner Optik, sondern wie er sich, wie er sich verhält und einem Pipapo, ähm, und er ist ja auch so ein bisschen, ähm, forsch und auch radikal, ich sag dir ja schon, der bringt auch mal Leute, also er würde auch Leute umbringen, das ist dem relativ Wurst und verwandelt sich ja auch in einer Szene, äh, in so eine Art Schlange und, äh, das ist auch eine ganz weirde, tolle Szene, ähm, weißt du, woran er mich so ein bisschen erinnert hat? Mhm. So ein klein bisschen, wenn er so komplett steil geht, Freddy Krüger. Ja. Ja, also es gibt ja auch so ein paar Kills von Freddy Krüger, wo Freddy Krüger sich dann irgendwie verwandelt oder andere Leute verwandelt. Freddy Krüger ist ja doch sogar eine Schlange. Ja, genau, genau, da frisst er ja sogar eine, meine ich, ne? Äh, ja, ja, er versucht sie zu fressen und spuckt sie später noch aus. Ja, ähm. Aber, ja, du hast recht, klar. Er ist im Endeffekt der Freddy Krüger für Kinder. Ja, genau. Ähm, und, ich meine, wer nur einen Freddy Krüger gesehen hat, der weiß auch, Freddy Krüger taucht in den Filmen von 90 Minuten, vielleicht auch nur 20 Minuten auf, aber der ist halt einfach trotzdem omnipräsent. Und so ist es auch hier. Sobald der einmal wirklich, ähm, in der Handlung etabliert ist, dann wartest du nur noch darauf, dass der kommt. Ja. Ja. Stimmt. Ähm, was mich, was mich bei der Figur ja immer noch stört, und das kann ich tatsächlich nicht abschalten, dass er Moos im Gesicht hat. Das nervt mich richtig. Ich möchte nicht, dass er das hat. Und. Ach, du meinst diese grünen Flecken? Ich denke mal, das ist Moos. Keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, das kann doch schon sein. Ich hab mir da, ehrlich gesagt, keine Gedanken drüber gemacht. Wobei, wenn es Moos sein sollte, hätte man es vielleicht ein bisschen genauer darstellen sollen. Oder Verwesung oder sonst was, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also, aber gut, es ist mir aufgefallen, dass er was Grünes im Gesicht hat, aber dass es jetzt Moos sein soll. Keine Ahnung. Also, ich fand den optisch, ich fand den optisch halt irgendwie ganz, ganz ansprechend. Er sieht halt so aus, dass du dir vorstellen kannst, das hätte auch, der könnte auch auf einer Theaterbühne stehen, so. Also, das ist jetzt so ein Make-up, das du auch mit Theaterschminke hinbekommst. Und, er sieht nicht so sehr nach Film aus. Das ist spannend. Weil, gerade Beetlejuice war 1989 für einen Oscar nominiert und hat ihn auch gewonnen. Im Bereich Bestes Make-up, oder? Ja, also, ich glaube, dass die Make-up-Kunst sich in den letzten Dekaden natürlich weiterentwickelt hat und auch verbessert hat. Aber, das passt, also, es sieht natürlich, wie gesagt, alles, du siehst, dass es nicht echt ist. Aber, es wirkt halt trotzdem alles aus einem Guss. Der Film hat so eine komplett schöne Stilistik. der passt einfach alles zu allem. Und, das macht's halt so schön. Ja. Es gibt ja auch zu Beginn die Szene, wenn Adam vor die Tür geht und dann in dieser Wüste ist und dann diesen Sandwurm, sag ich mal, trifft. Das ist ja auch komplett Stop-Motion und das sieht auch aus, als ob sie es von Corpse Bride oder halt eben Nightmare Before Christmas entnommen haben. Aber das sieht halt geil aus. Das hat er, also, der ganze Film durch und durch ist unglaublich charmant dadurch. Ja, und, wie du es schon sagst, es ist auf einem Guss. So, du hast nicht das Gefühl, es gibt ja einmal diese, mir fällt gerade kein Beispiel, aber wahrscheinlich komme ich gleich noch auf eins. Da hast du, da ist der Film eigentlich, der sieht ganz gut aus, aber dann gibt es so diese zwei, drei Shots, wo du denkst, okay, die passen jetzt gar nicht in dieses Gesamtbild rein. Und wie du sagst, ich finde auch, alles von Marble. Ja. Und ich finde einfach, dass hier, ja, auch in dieser Wüstenwelt und mit den Wümern, du siehst natürlich, dass das nicht echt ist. Aber da komme ich ja auch zu dem Punkt, ich befinde mich in der Totenwelt. Woher soll ich denn wissen, wie es dort aussieht? Weißt du, was ich meine? Deswegen war für mich nie eine Frage. Kannst du dir jemanden vorstellen, die diese Szene mit diesem Sand vormen sieht und dann irgendwie schreibt, das fand ich fotorealistisch? Also Beetlejuice ist die Antithese von Fotorealismus, das sollte man sagen. Nein, ich meine einfach nur, in dieser Welt, wo sich Beetlejuice befindet, auch dieses ganze Jenseits, was mir da eben offeriert wird, wie dort auch die Figur, dieser Schrumpfkopftyp beispielsweise, der sieht ja auch mega künstlich aus. Ja. Aber deswegen, weil alles mir so präsentiert wird, kann ich es akzeptieren, dass eventuell die Effekte nicht topnotch sind, dass die eben alles mit Stop Motion gemacht haben. Und das macht die ganze Sache eben, wie du sagtest, charmant. Es ist aus einem Guss, es ist, ich werde nicht rausgehauen und deswegen gucke ich mir das auch wirklich immer noch gerne an. Ja. Es hast du ja ganz oft bei so Sachen, nehmen wir mal die unendliche Geschichte, da siehst du natürlich auch, was alles Effekt ist, aber trotzdem, so ein Fufuhr sieht halt immer noch geiler aus, wie ein, äh, hier, Drachenwesen aus irgendeinem Marvel-Film einfügen, bitte, ne? Ja. Ist halt einfach so. Also diese, diese Haptik ist, ich bin ja wirklich, je älter ich werde, ich bin übrigens schon sehr alt, desto mehr Fan werde ich von diesem, von diesem Haptischen. Dass ich das Gefühl habe, ich sehe etwas und habe das Gefühl, ich könnte es jetzt auch anfassen. Ja? Das, das mag ich. Und das ist das, das Beetlejuice voll von. Das ist ein 92-Minuten langes Haptikfest. Ja, klar. Ja? Ja. Ähm, die Zeugenbricksie hast du nicht gesehen, oder? Ähm, ich wusste, dass es sie gibt, aber ich habe nie eine Folge davon gesehen. Ich, ich, also ich, ich war ja gerade eben auch ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, dass du die gesehen hast. Das heißt, die lief auch in Deutschland, weil ich wusste davon gar nichts. Ja. Aber ich nehme an, die lief auch ProSieben, von daher, also das, das will ich jetzt nicht mehr, äh, beschwören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die so damals im, im Samstagsprogramm auf ProSieben mitlief, ja. Also da passte die auf jeden Fall vom Zeichenstil relativ gut rein. Ja. Also, mir wurde auch schon früher immer wieder gesagt, dass das wohl eine richtig geile Serie sein soll. Ähm, aber, nachdem ich jetzt Beetlejuice gesehen habe, muss ich eins sagen, ich habe weder die Ambition, oder die Lust, oder sehe die, äh, die Notwendigkeit einer Trick-Serie, aber ich sehe auch nicht die Notwendigkeit eines zweiten Teils. Das wollte ich dich gerade fragen. Ich finde, Beetlejuice ist so, wie es ist, ein rundes Ding. Ich finde es sogar gut, dass eben die titelgebende Figur Beetlejuice seine 17 Minuten hat, weil alles andere drumherum, finde ich toll. Ich sehe den Maitlands gerne zu, wie sie versuchen, die Leute zu erschrecken. Ich komme mit den, mit den Charakteren ziemlich gut klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die konzeptionell es machen wollen, dass Beetlejuice 2 den Charme vom ersten Teil hat, ohne alles zu zerstören, was im ersten Teil aufgebaut worden ist. Oder anders gesagt, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, ohne wiederholend zu wirken, dass der genauso charmant auf mich wirkt, wie der erste. Ich kann mir auch, und das tut mir fast ein bisschen weh im Herzen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film diesen Charme wieder hat, wie beim ersten Teil, weil ich jetzt im letzten Jahr gesehen habe, wie die Filme von Tim Burton aussehen. Und natürlich sieht Beetlejuice auch so aus, wie er aussieht, weil er halt eben einfach aus den Ende der 80er-Jahren kommt, wo die Technik nicht so weitentwickelt war, wie sie jetzt ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Beetlejuice 2, dass ich den gucke und dann genauso da sitze und denke, wow, das ist haptisches Kino. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Gerade halt eben, auch vor allem, wenn man sich die letzten Tim Burton-Filme anguckt, inklusive Wednesday, die sahen nicht richtig scheiße aus, außer jetzt sein Alice im Wunderland. Aber es ist so, so die Magie ist nicht mehr da, verstehst du? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen oder ich kann einfach nicht glauben, dass jetzt Beetlejuice 2 so das Mojo von Tim Burton von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bis in die frühen 2000er jetzt irgendwie wieder hervorbringt. Das kann ich mir am besten, wenn ich vorstelle. Ich sage nicht, dass es ein schlechter Film wird. Also der könnte spaßig sein. Aber nee. Ich gehe sogar so weit. Gerade weil du auch Wednesday angesprochen hast. Ich fand tatsächlich diese Monster-Effekte, die es in Wednesday gibt, und ich fand die stellenweise furchtbar. Also das ist ja wirklich scheiße aus. Und weißt du, bevor ich auch ein bisschen Schiss habe vor Beetlejuice 2, ist, Beetlejuice 1 ist ja, ich würde schon sagen, ist ein Kultfilm. Für viele Leute ist das wirklich ein Kultfilm. Aber wir wissen halt einfach, wenn eine Vortragung kommt, die er vor allem so lange auf sich warten gelassen hat, dann ist das Zauberbau und hat Nostalgie. Und ich habe keinen Bock, einen Film zu sehen, der mir sagt, guck mal hier, genau wie damals 1989, guck mal hier, wir haben diesen Sandpfumpf, guck mal hier das, guck mal hier das. Und ja, ich brauche keinen zweiten Teil. Ich werde mir natürlich angucken und hoffe, dass der gut ist und die Chancen dafür stehen auch durchaus gut. Aber ich werde nicht erwarten, dass es ein Film wird, der das gleiche Schampotenzial hat, wie der. Mit dem Schaden, da kannst du einfach von weggehen, weil du dich eben nicht mehr Ende der 80er, Anfang der 90er befindest. Jetzt wird eben das mit CGI gemacht. Ja. Und jetzt hast du eben auch... Und überleg mal, du bist jetzt, sag ich mal, ein 16-Jähriger oder 16-Jährige und du hast halt ein paar Filme geguckt und dann guckst du dir Beetlejuice 1 an. Das ist doch grässlich für dich. Also ich kann mir vorstellen, dass Beetlejuice 1 viele Leute vor den Kopf stoßen wird, weil er halt eben so aussieht, wie er aussieht. Mhm. Ja. Also ich möchte jetzt hier nicht einen auf König dirke Hose machen, aber wenn du dich halt ein bisschen mit dem Film beschäftigst, dann erkennst du halt schon, was Beetlejuice ist und warum der so toll ist, so wie er ist. Aber wenn du halt so derjenige bist, der 1,5 Mal im Jahr ins Kino geht, ne, und gerne auch mal denkst, soll ich ins Kino gehen? Nee, nee, ich gucke heute lieber ein bisschen Netflix. Ich glaube, dann könnte es sein, dass du mit Beetlejuice nicht so viel Spaß hast. Dafür ist der Film vielleicht dann noch ein bisschen zu abstrus, absurd, bizarr, eigensinnig, optisch wie inhaltlich. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube natürlich, dass der Film besser bei Leuten funktioniert, die sich, die entweder nostalgisch damit aufgewachsen sind in irgendeiner Art und Weise oder mit dem Kino von damals aufgewachsen sind oder aber sich damit auch beschäftigen. Ich glaube auch, der jetzt einem Jugendlichen den Film zu zeigen, komplett ohne Kontext und einfach hier kommen, du hast gerade Infinity War geguckt, guck dir jetzt mal Beetlejuice an, wird schwierig. Sie hörten Kino und Stu ranten über die heutige Jugend. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung. Ich habe fairerweise auch gedacht, nachdem 2016 war es, glaube ich, das erste Reboot von Ghostbusters rauskam, was ja wirklich furchtbar war, habe ich ja wenig positive Gedanken an den letzten Ghostbusters Legacy oder heißt es im deutschen Afterlife, ich wechsle das immer. Ich auch, ja. Und den Film fand ich super. Ich fand den super schön. Also der hat einfach für mich genau das Richtige gemacht. Er hat zwar eine ähnliche, jedoch komplett andere Geschichte erzählt. Er hat genau den richtigen Punkt Nostalgie mit reingebracht, aber eben auch neue Aspekte in die Geschichte reingebracht. Und die Effekte waren zumindest so, dass sie nicht so clean waren, sondern dass selbst die Effekte irgendwo so aussahen, als hätten die auch in den 80ern hätten gemacht werden können. Nur dann hätten sie ein bisschen haptischer ausgesehen. Und das würde ich mir wünschen für Teil 2. Es wäre wirklich schön. Also doch, ich kann es mir halt aktuell nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil Tim Wirt mich in den letzten Jahren schon teilweise massiv enttäuscht hat. Aber ja, es wäre schön. Ja, ich glaube, das ist einfach auch ein Großteil des Budgets. Ich meine, nennen wir mal einen Shootingstar, der momentan so angesagt ist wie Jenna Ortega. Max Schuck. Ja, Max Schuck. Grüße gehen raus, Schucki. Da wird vier Budget reinfließen. Du hast eben einen Tim Burton, der sich das bezahlen lässt. Du hast einen Michael Keaton. Und ja, natürlich, der hat jetzt auch damals eben das Fünffache seines Budgets eingespielt. Natürlich. Und hat sich natürlich jetzt auch so ein bisschen als Kultfilm irgendwo gemausert. Aber ist das ein Film, dem die da mehrere hundert Millionen Dollar geben, um den zu produzieren? Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die Zielgruppe zum einen natürlich die Jenna Ortega-Fans wollen den gucken und natürlich die Leute, die Beetlejuice-Fans sind. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film für Warner, die den ja wieder produzieren, ein Erfolg wird. Vielleicht ist es auch ein Riesenerfolg. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Wednesday so durch die Decke geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren über Beetlejuice reden und dann viel Aufwand über den zweiten Teil verlieren werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder ein bisschen blöd, weil wir haben ihn beide nicht gesehen. Es ist jetzt alles mutmaßen und ich möchte keinem Film irgendwas Schlechtes, solange ich ihn nicht gesehen habe. Aber so rein vom Gefühl her brauche ich nicht. die Frage, die ich mir stelle, ist so, aber will ich das auch nicht? Das ist halt die Sache, weil die Welt an sich, die war halt schon ganz geil, aber sie müsste halt dann genauso wiederkommen, wie jetzt im Film, im ersten Teil. Und das kann ich mir halt nicht vorstellen. Das ist eine Zwickmühle. Ich habe Bock drauf, wenn ich wüsste, dass ich ein gutes Drehbuch habe. Für mich reicht gerade eben der Gedanke nicht weit genug, wie ich jetzt zum einen die Welt vernünftig erweitere und das eben, was ich im ersten Teil gesehen habe, dass es irgendwie kohärent zu dem ist, was ich dann auch in Teil zwei sehe. Mir fällt gerade keine passende Geschichte dazu ein, wie das funktionieren kann und wie ich das alles so verbinden kann. Und ich glaube, das ist mein Problem. Wenn mir einer sagen würde und jetzt keiner von denen, die das produziert hat, sondern du hast jetzt aus irgendeinem Grund das Drehbuch gelesen und hast gesagt, ey, das kann wirklich gut werden, weil das Drehbuch gut ist. Dann hätte ich wirklich Bock drauf. Ich glaube, das kann funktionieren. Mir macht es aber Sorge, was die daraus machen. Ich denke mal, das wird so ein, wie heißen sie mittlerweile? Legacy Secret. Ja, irgendwie sowas. Entweder, nee, glaube ich nicht mal. Ich glaube, so ein Soft-Reboot wird es. Weil die natürlich mit Jenna Ortega auch jemanden gecastet haben, der einer Goth wie No Now Rider gar nicht so unähnlich ist. Und es gab ja schon Setfotos, hat man gesehen, dass sie ein Brautkleid trägt. So. Mal schauen. Tja, warten wir es ab. 2024 soll er ja erscheinen. Wenn die Autorenstreiks nicht noch länger dauern. Ja. Da könnt ihr übrigens in unseren Streikcast reinhören. Ob der noch aktuell ist, wenn das ja erscheint, weiß ich jetzt nicht. Aber man soll ja Erinnerung machen. da erinnert sich wirklich schon was. Cross-Promotion nennt man das. Wir haben es jetzt gerade so ein bisschen schon innerhalb unseres Gesprächs angerissen. Und ich glaube, ich höre raus, dass wir beide jetzt auch eigentlich genug über den Film gesagt haben, dass jetzt wenig Neues noch kommen kann. Du hast es vorhin so ein bisschen so ein bisschen durchklingen lassen. Aber würdest du ihm sagen, nach deiner Erstsichtung, hat er diesen diesen Kultcharakter, hat er den zu Recht? Oder ist es für dich so ein Film so, ja, ich bin jetzt, ich habe ihn jetzt abgehakt und dann ist es auch gut. Also den Kultcharakter hat er auf jeden Fall, weil mir jetzt spontan kein Film einfällt, wo ich sage, der geht in die ähnliche Richtung. Vielleicht noch The Frighteners von Peter Jackson so ein bisschen. Der spielt ja noch so in die Reihe rein. Du hast auch Poltergeist, aber trotz allem finde ich jetzt, dass Beetlejuice ist so ein Unikat. Und wenn ein Film das schafft, dass ich ihn als Unikate wahrnehme, kann ich sagen, ja, er hat Kultpotenzial und ich glaube, dass viele Leute diesen Film auch deswegen sehr schätzen und deswegen, ja, es ist ein Kultfilm. Filmklassiker, ja, ob man jetzt Kultfilm oder Filmklassiker sagt, das ist ja oftmals Jacke wie Hose, von daher. Ja, also Kultpotenzial hat er auch verdient, die bezeichneten Kultfilme. Es ist definitiv und ich glaube, jetzt komme ich mal zu so einem Fazit. Ich glaube, er wird nicht in der, ich nenne es mal Top 5, meiner liebsten Tim Burton-Filme gelangen. Aber das ist einfach deswegen der Fall, weil ich ihn jetzt einmal gesehen habe und meine lieblings Tim Burton habe ich schon mehrfach gesehen. aber ich werde ihn hoffentlich in meinem Leben noch das ein oder andere Mal sehen. Ich muss ihn in den nächsten zwei Jahren nicht doch unbedingt nochmal sehen, aber die Sicht hat mal Spaß gemacht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der bei der Zweit- und Drittsichtung nochmal wachsen wird. Tut er, tut er. Also eher, dass er schrumpft, sag ich mal, oder verliert. Nee, nee, er wächst. Gut, wenn du das sagst, dann... Diese kleinen Nuancen, die du dann feststellst, du wirst in diesem Amt noch so viele schöne Dinge sehen, die mir wirklich jetzt erst nach... Wie oft habe ich den als Kind gesehen? Weiß ich nicht. Acht, neun, zehn Mal bestimmt. Und da sind mir so viele Kleinigkeiten gar nicht aufgefallen. Ich glaube tatsächlich, der kann wachsen, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Also, ich bin hier gerade bei Movie Break und sehe, dass der Kollege, oder Ex-Kollege Pascal Grüße ihm sieben von zehn Punkten gegeben hat und ich glaube, da würde ich mich anschließen. Also vielleicht sieben und halb ja, ich gebe mal sieben und sage mal, der hat das Potenzial, in drei, vier Jahren bei mir auf eine Acht zu kommen. Und ich finde, sieben ist schon sehenswert und toller Film. Ich bin dankbar und froh, ihn jetzt endlich gesehen zu haben und ja, habe jetzt diese Lücke geschlossen und danke den Movie Versions dafür. Ja, dafür. Danke Movie Versions, danke für die Kühle. Ja, ich glaube, damit ist auch die Frage beantwortet. Ne, eigentlich ist sie gar nicht beantwortet. Als letzte Frage. so, jemand, der jetzt Beetlejuice noch nicht gesehen hat, würdest du sagen, guck ihn dir an oder wem würdest du empfehlen, guck ihn dir an beziehungsweise wem würdest du davon abraten? Wenn, gut, also zuerst einmal, wenn dich ein Film interessiert, dann guck ihn dir an. Egal, was die anderen Leute sagen oder was die Kritiken sagen, sobald du ein Interesse hast an einem Film, guck ihn dir an. Und wenn dir nicht gefällt, sei es drum, auch Enttäuschungen können eine Erfahrung sein. Das ist zumindest meine Ich bin im Trashcast, das ist, ich kenne das. Ja, ich weiß, ich weiß. Du bist, du bist Kummer gewohnt. Trashcast oder wie ich es nenne, hm, mal gucken, wie viele Filme heute Carlo damals im Kino geguckt hat. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Also Leute, die Tim Burton-affin sind, sowieso, wobei die haben den wahrscheinlich schon längst gesehen. Leute, die auf etwas abseitigere Filme stehen, die trotzdem aber charmant und herzlich sind, die könnten damit wirklich was anfangen. Leute, die mehr so auf poliertes, hochgezüchtetes Spektakel stehen, die könnten vielleicht mit Beetlejuice ihre Probleme haben. Nicht unbedingt, aber ich glaube, dass, wenn du mir sagst, ja, pass auf, schönes Beispiel. Wenn du mir sagst, der beste Multiversum-Film, den du kennst, ist Doctor Strange 2, dann solltest du dir Beetlejuice nicht angucken. Okay. Okay. Das ist so ungefähr. Ja, aber ansonsten steckt ja schon sehr viel drin, dass vielleicht auch Leute den toll finden, die ansonsten mit so einer Art von Film nichts anfangen können, weil du hast schöne, schöne Gruselszenen, du hast schwarzen Humor, du hast sympathische Darsteller, du hast Michael Keaton, der komplett auf Level 11 agiert. Da steckt schon viel Schönes drin und vielleicht ist es so ein bisschen, dass du vielleicht nicht alles vom Kuchen magst, aber vielleicht ein paar Erdbeeren trotzdem findest. Also deswegen auf jeden Fall, wenn ihr euch den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt euch ihn auf jeden Fall an. Es ist auf jeden Fall eine Lücke, die man schließen sollte. Schön gesagt, sehe ich genauso. Stu, es hat lange gedauert, bis du bei mir warst, aber es war mir eine Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Film zu reden. Ich kann dir so viel sagen, wir haben heute Themen angesprochen, wo ich nicht mal annähernd damit gerechnet habe, dass wir die Horte überhaupt ansprechen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich natürlich, wie es meine Art und Weise ist, zu viel geredet habe, über zu wenig. Aber es kam auch beim Gespräch so ein paar Sachen hoch, sag ich mal, die ich bei der Sicht noch gar nicht hatte. Vielleicht, Idee für ein Podcast-Projekt, Movie Versions Returns, wo man sich deine Movie Versions 15 nochmal anguckt, drei Jahre später, und dann guckt, wie ihr es jetzt findet. Movie Versions, der zweite Stoß. Bring mich nicht auf dumme Gedanken. Du, weil ich dich jetzt hier habe, bitte sag doch nochmal den Zuhörern, wo man uns überall findet. Da, wo es Likes gibt. Okay, das reicht voll und ganz aus. Dann muss ich da gar nicht so viel aufzählen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern. Ich hoffe, es war euch ebenso eine Freude, uns zuzuhören. Wie gesagt, bedanke mich bei meinem Gast. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke an den Werten Kühne, danke euch da draußen, dass ihr mein Gebabbel mit angehäubt habt, jetzt fast über 70 Minuten lang. Es war wirklich schön, hier mal dabei zu sein. Ich bin ja normalerweise immer derjenige, der moderiert beim Movie Break und fand es jetzt ganz angenehm, mal auf dieser Seite des Sounds zu stehen und wünsche euch da draußen noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, guckt viele Filme und sage Adieu. Wir haben es geschafft, nach all diesen Jahren, die erste Viewing. Und es ist alles weil von Kühne. Danke. 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 Vielen Dank.